Hallo Leute und willkommen zu dem kleinen Informationszusatzvideo. Warum es dieses Video gibt, muss ich euch auch erklären. Die Sache ist, es gab ziemlich viele Rückfragen zu der Aufgabe oder zu den Aufgaben, die gestellt worden sind im ersten Video. Die sind auch berechtigt. Was auch gesagt werden muss, das erste Jurymitglied und der Leiter des Turniers, Pekki, entschuldigt sich jetzt schon im Voraus für das unprofessionelle Handeln, was er an den Tag gelegt hat mit dem Video, da es dort, sag ich mal, zu wenig Informationen gibt über die Aufgabe. Es gab leider einen Zwischenfall in der Familie und deswegen musste er kurz verreisen. Ich sag mal jetzt, wie es ist, ich nehme jetzt auch nicht, glaube ich, viel raus. Er muss auf eine Beerdigung, leider. Und deswegen hat er das Video relativ, sag ich mal, schnell rausgehauen, ohne da viel nachzudenken. Deswegen gibt es da vielleicht den einen oder anderen Fehler oder die eine oder andere Sache wurde nicht erwähnt oder wurde noch nicht mal irgendwie angesprochen. Das war's auch schon mit der, sag ich mal, Entschuldigung von Pekki. Hier kommen wir jetzt auch zu dem Hauptgrund, warum ihr das Video überhaupt schaut. In eurem Video sollten die 50 Begriffe vorkommen. Das bedeutet zum Beispiel, ein Begriff kann aus zwei Wörtern irgendwie gebildet werden. Das heißt, Lady Gaga sind halt zwei eigenständige Wörter, die aber einen Begriff ergeben. Und das sind halt 50 Begriffe, die ihr in eurem Video einbauen müsst. Und ihr sollt nur versuchen, einen sinnvollen Kontext, beziehungsweise eine sinnvolle Geschichte zu erzählen. Es sind 50 verschiedene Random-Wörter, ja. Und es wird euch relativ schwer fallen. Es ist auch eine relativ schwere Aufgabe für den Anfang. Das wird die Jury natürlich auch berücksichtigen. Ja, das heißt, wir werden jetzt nicht so hardcore benoten, damit ihr auch, sag ich mal, langsam wisst oder erfahrt, wo sich das Level befindet von der Benotung. Bei der ersten Aufgabe mit den 50 Begriffen ist es erlaubt, sich eine Hilfe zu nehmen in Form eines Partners im Video. Man muss es nicht tun, aber man kann es. Falls ihr Musik in das Video eingebunden habt, müsst ihr darauf achten, dass diese Musik lizenzfrei ist. Die 50 Begriffe, die ihr habt, solltet ihr nicht nur schriftlich darstellen. Das heißt zum Beispiel, ihr habt ein Video, da läuft Musik und da wird einfach ein Begriff eingeblendet oder sowas. Also man soll sich schon vorstellen, es soll eine Art Geschichte oder ein Commentary, irgendwie etwas gesprochenes sein. Die Homepage ist leider momentan down, aber ihr könnt uns weiterhin über den TS erreichen und natürlich auch über den YouTube-Kanal. Das heißt einfach eine PN schreiben oder einfach auf den TS joinen. Da wird euch immer irgendwie jemand helfen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Turnier. Euer Maskulin. Ciao.